Das ist Wolf Kükel, mein Werder-Redakteur und FIFA-Experte. In Fußballzockkreisen nennen sie ihn nur den Fleischwolf, weil er seine Gegner nur so in die Mangel nimmt, sagt er zumindest. Heute kriegt er gleich Doppelkonkurrenz. Daniel Lohrmann und Henry Thiele fordern ihn heraus. Kann einer von ihnen unseren FIFA-Experten besiegen, bekommt er Fußballkarten für Werder gegen Hannover 96. Der letzte Spiel, das ist es, genug für die Post. Ich bin able to cut that out with some sharp movements. Wir haben ihn jetzt geschlossen. Goal! War stark, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die beiden waren stets bemüht, aber ich gehe die beiden das Geld durch den Wolf. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielkulof wieder. So hätte er zwei, drei Buden gemacht. Ich dachte, da wäre das anders gelaufen, aber ich glaube, ist okay. Natürlich ist man ein bisschen enttäuscht, aber jetzt nicht so, dass ich deprimiert wäre oder so. Hier ist es, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Druck hier von Hannover. Das ist ein bisschen ein bisschen. Nee. Was? Jawohl! Er hat den Job gemacht, er ist der Specialist. Er hat Angst, du musst hier in den Momenten. Ja, nochmal. Aufregend in der ersten Halbzeit, wa? Ja. Ich glaube, ein zweites hätte ich machen können, er hätte aber auch gewiss machen können. Von daher können wir beide mit leben, glaube ich. Haut doch nicht auf ihn, du Monkey. Ja, wieder dran, ne? Ein blindes Huhn, ne? Ja. Naja. Ich bin der Mann der 90. Minute. Wenn ich sag, wie es ist, aber die Hände schwitzen ordentlich. Verlängerung, 90. Minute. Meinst du, was ist noch in dir? Ja, die 30 Minuten, die schaffe ich auch noch. Den macht er nicht. Ab der 90. Minute auf, ne? Merkt das schon. Jawoll! Mit so einer Variante auch noch. Ja, heftig, ne? Die Freude ist gut, ne? Ja. Mit Zeit nehmen wir nicht. Jundjushevic. Und das sieht hervorragend. Sonntagsspiel. War das gerade Fynn Bartels mit dem Linken? Jundjushevic. Und das sieht hervorragend. Fynn Bartels sorgt mit seinem Treffer für den 3 zu 2 Endstand. Der Sieger des kleinen Nordderbys heißt Werder Bremen. Danke für die zweite Chance. Ich würde sagen, du hast ja redlich verdient. Ich danke euch. Cool. War nichts mit zerfleischen, aber du warst nah dran auf jeden Fall. Ne, sollte nicht sein. Ich war nah dran, aber ich hatte es noch zurückgehauen und ich glaube, verdient. Kann ich mir leben. Ja. Der war schon stark. Ja. Ich habe auch schon einige glückliche Momente gehabt mit meinem Torwart. Ich suche mich gerade 08 nichtant. Ch retire auf meinem Torwart. Blut. Ja. Lapp. Ich habe jetzt noch was Linge ist. Ich tiro merelyю.